moin leute willkommen zur nächsten folge channel crops ich hab mein kleines bisschen weiter gehäckselt eben ohne euch und ja wir haben es auch bald geschafft ich muss hier mal eben in meinem aschenbecher das feuer löschen oh dassle oh oh Oh, oh, oh. Und ich habe natürlich vergessen, die Stoppgut zu starten. Und langsam fängt es hier echt dran zu ruckeln. Das war ein bisschen zu viel, glaube ich, für meinen Rechner. Ah, der müsste jetzt auch gleich wieder voll sein. Quasi jetzt. Na, könntest du wohl aufgehen? Danke. Komm, fahr los. Ich möchte echt mal wissen, worauf die immer warten. Kapieren die nicht, dass die voll sind? Wartet der darauf, dass der dritte Helfer in der Reichweite ist? Weiter geht's im Programm. Ja, fährst du nur. Ohne den Mais kaputt zu machen. Mann, ja. Mann, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Endspurt würde ich mal sagen. Also in dieser Aufnahme, aber in dieser Folge, sollten wir das Feld aber fertig kriegen hier. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, und das Bier, das schmeckt heute schon wieder. Das war's für heute. Das schweben Partikel in der Luft. Und warum fahren die Helfer mal hinter ein und mal neben ein? Das war's für heute. 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 Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Hallo Dürfte ich mir bitte den Mais ernten? Ah ja, hallo Da könnt ihr jetzt aber aus dem Maishaus kommen Oh Spacken Also ich glaube wohl kaum Dass diese paar Maispflanzen, die hier noch irgendwo rumstehen werden Was am Fortschritt groß ändern werden So Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, leider, immerhin kann man den Kram abbrechen, aktiv, goldene Ernte, abbrechen, schwupp sind alle weg, okay, abhaken, 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 Missionen, goldene Ernte, Jetzt soll ich die nochmal von vorne machen, oder was? ich habe es gemacht abschließen abschließen würde ich auch gerne zumindest nicht in der aufnahme da kann irgendwer anders kann hier gerne herkommen und das machen aber ich werde das jetzt nicht nochmal machen guck das sind die sachen die man alle kaufen können haben wir alle benutzt haben wir haben wir haben war das frontgewicht und so haben wir nicht benutzt und so aber die stoßstange auch nicht aber sonst haben wir alles soweit benutzt eine ernte also das für ein symbol hier ach so da komme ich direkt hier hin karte quest erster september 2000 im jahr 2000 also ist das hier oben ja doch erster september 2000 das ist also unser datum aber wofür steht das hr wissen wir nicht haben wir keine ahnung von ist auch halb so wild die folge ist vorbei und erst mal auch dieses let's play glaube ich sofern sich nicht noch was ich werde die mission noch mal irgendwann machen oder ich gebe einfach meinen meiner kumpels die ich sollte den kopf nicht so schnell drehen die aufgabe das mal zu machen aber ich mache das jetzt also heute auf jeden fall nicht mehr und ja wir sehen uns bestimmt in einer der nächsten folgen von kettel und crops oder ein anderes game bis denn leute reingehauen